Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Unboxing vom 11 Pro Black Pack aus der Adipure Serie von Adidas. Als erstes springt uns natürlich wieder hier die Tasche in die Hände, die standardmäßig immer von Adidas mitgeschickt wird. Diesmal mit einem Lackaufdruck mit dem Adidas-Logo. Und natürlich ganz in schwarz der Schuh als auch die Tasche, wie es sich bei der Black Pack Serie gehört. Ein sehr, sehr leichter Schuh, muss ich sagen, wenn man den so eine Hand hält. Also der Schuh sieht echt fast gar nichts. Und wie man sieht, das Muster vorne an der Fußspitze und hinten an der Fußsohle. Sieht man gleich auch nochmal im Detail, wie das Ganze verarbeitet ist. Hier sieht man es nochmal ganz schön hinten an der Ferse. Dieses Muster. Wenn man drüber geht, spürt man diese Musterung auch wirklich. Und es ist eine Art Leder. In der offiziellen Beschreibung steht eine Art Kalbsleder. Was es nun für ein Leder ist, weiß ich nicht, aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr weich an. Auch schwarz glänzend. So, und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Detailfotos und wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. . Das warna خanzbar. J Krise. L鐘ik. Bis zum nächsten Mal.